Russland Russland ist ja das größte Land der Erde und das größte Flächenland der Erde sind, glaube ich, knapp ein Zehntel der Gesamtfläche unseres Planeten. Also hat Ausmaße, die man sich als Mitteleuropäer eigentlich schon gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Allein diese schiere Größe ist für jemanden, der dann im Land auch unterwegs sein muss, erstmal schwierig, problematisch. Man muss einfach Entfernung zurücklegen in vielen Gebieten, die auch noch nicht erschlossen sind. Musik Im fernen Osten leben die mächtigen Amurtiger. Fast unsichtbar. Musik Die Wälder sind reicher als anderswo in Russland. Aber der Winter ist hier ebenso lang. Musik Das sind die letzten Eroarten. Die größten Raubkatzen der Erde. Musik Der Amurtiger kommt gut mit den extremen Temperaturen zurecht. Nur den Menschen wird er wohl nicht überleben. 500 von ihnen gibt es noch in Freiheit. Musik Eine der größten Herausforderungen, der russische Winter. Christian Baumeister erlebte die Kälte hautnah in Kamtschatka, im Nordosten des Landes, nahe der Beringstraße. Musik Um die Riesenseeadler im Winter filmen zu können, haben wir ein Iglu gebaut. Das heißt, wir haben Eisblöcke aus dichtem Schnee geschnitten, haben sie aufgeschichtet und, wie man sich das bei den Eskimos vorstellt, ein mehr oder weniger rundes Iglu gebaut. Musik Danach habe ich tagelang da drin gesessen, auf den richtigen Moment gewartet. Musik Das war in der Tat auch sehr, sehr kalt. Wenn man stundenlang still sitzen muss im Winter, immerhin minus 10 Grad oder sowas, da war man schon ganz schön durchgefroren am Ende des Tages. Musik Musik Die erste Begegnung mit den Adlern war natürlich spektakulär. Es war extrem beeindruckend, weil wir sind ja mit die größten Adler der Welt. Musik Bei den Adlern waren die Temperaturen um die 0 Grad, minus 10 Grad. Musik Sobald die Temperaturen über den Gefrierpunkt klettern, verwandelt sich das Land. Musik Das kurze Frühjahr im Norden muss genutzt werden. Musik Die Geysirfelder zwischen sattem Grün stehen unter Volldampf. Musik Die Geysirfelder zwischen sattem Grün stehen unter Volldampf. Musik Der alte Braunbär kennt und schätzt die warmen Geysirwelden. Musik Kamtschatka ist eine Welt für sich. Gewaltig und einzigartig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020